Ich war letztens einkaufen und habe das hier gefunden. So ein neuer Lippenstift von Essence. Und irgendwie sieht der da voll cool aus, oder? Der ist halt so rosa, aber gleichzeitig so durchsichtig. Okay, jetzt pass mal auf, okay? Man sieht nichts. Und jetzt? Wird es immer pinker und pinker. Seht ihr das? Zuerst nichts. Und? Ähm, wir müssen den auf meinen Lippen probieren. Okay, let's go. Hm, angenehm. Der wird ziemlich schnell ziemlich pink. Okay, das hätte ich echt nicht erwartet. Aber ziemlich cooles habe.